Normalerweise werden Draft-Klasses direkt nach dem Draft bewertet. Ich mache das auf meinem Kanal auch immer so, wir werden es auch dieses Jahr wieder genauso machen. Ergibt es wirklich Sinn? So halb. Nach dem Draft kann man eigentlich nur bewerten, ob es so gelaufen ist, wie man selber vermutet hat, dass es läuft oder wie man selber halt smart findet in dem Moment. Was wir tatsächlich allerdings machen können, was viel mehr Sinn ergibt, was wir heute unter anderem machen, ist die Draft-Klasses bewerten, nachdem sie ein paar Jahre in der NFL waren. Das heißt, wir bewerten heute die Draft-Klasse von vor drei Jahren. Wir bewerten jeweils nicht nur die erste Runde, so wie ich es letztes Jahr zum Beispiel gemacht habe für den Draft damals von vor drei Jahren, jetzt also von vor vier Jahren, sondern wir werden die komplette Draft-Klasse für die einzelnen Teams bewerten. Ich mache es nicht nach Division, um das nicht zu weit aufzusplitten in zu viele einzelne Videos, sondern nach Conference. Das heißt, wir haben heute die Hälfte der NFL, wir haben heute die komplette AFC. Nächstes Mal machen wir die komplette NFC. Ich gebe euch Noten, ich erkläre es ein bisschen, aber wir gehen jetzt nicht zu tief in die ganze Draft-Klasse rein. Ich bin gespannt drauf. Ich glaube, bis auf drei oder so sind alle tatsächlich schlechter geworden, als ich sie nach dem Draft bewertet habe. Wir fangen an mit den Patriots. Patriots, ihr seht die Draft-Klasse auf dem Screen, natürlich geheadlined von Mac Jones und inzwischen ist davon nicht mehr wirklich viel übrig geblieben. Mac Jones ist weg. Christian Barmore ist als Defensive Tackle noch am Start, ist aber eher ein Rotational Piece als das, was man sich vermutlich damals erhofft hatte von einem Zweitrunden-Pick und auch noch einem hohen Zweitrunden-Pick. Deswegen nicht ganz so erfolgreich. Ronnie Perkins hat nicht funktioniert. Ramondre Stevenson war ein absoluter Hit, aber halt auf Running Back, deswegen da ist es nicht so krass viel wert und von den Spielern hinten raus hat auch nicht mehr wirklich viel hingehauen. Der Draft-Klasse habe ich damals eine Eins gegeben und jetzt bin ich inzwischen bei einer Fünf-Plus. Das ist sehr, sehr harsch, aber ich bleibe dabei und ich versuche das seit ein paar Jahren so einzuführen, sage ich mal. Ich will das komplette Notenfeld benutzen. Das heißt, ich will nicht sagen, ah, eine schlechte Draft-Klasse ist eine Drei. Was ich, glaube ich, zu der Zeit hier noch gemacht habe, 2021, als ich die Draft-Klasse bewertet habe, weil man das einfach so kennt. Ist auch irgendwo logisch, man will sich nicht mit den ganzen Fanbases verscherzen und will die nicht zu sauer machen und will auch nicht zu pessimistisch sein und so weiter. Aber ich will trotzdem das komplette Notenspektrum benutzen. Wir machen das nach deutschen Noten, das heißt, Eins ist das beste, Sechs ist das schlechteste. Ich glaube, in Österreich oder in der Schweiz ist es andersrum oder in beiden. Sorry, ich verwechsel das immer, ich bin da nicht allzu gebildet. Aber ja, deswegen ist eine sehr schlechte Draft-Klasse für mich. Du hast einen Spieler, der gut funktioniert, aber auf einer Hinn-Position und du hast einen Spieler, der okay funktioniert, der aber ein relativ hoher Pick war und ansonsten alles daneben gegangen. Deswegen sage ich, die Patriots kriegen eine Fünf-Plus. Wir machen weiter mit den Jets und bei den Jets ist es ähnlich schlecht gelaufen, sage ich mal. Die hatten Zach Wilson tatsächlich auf zwei. Ich hatte vergessen, dass er auf zwei war. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der vierte oder fünfte Pick oder sowas war, aber auf zwei. Wuff! Ja, also Zach Wilson hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Elijah Moore ist weggetraded. Michael Carter ist weggetraded. Der Running Back Michael Carter. Eine andere Michael Carter wurde sehr viel rum experimentiert. Generell viele Spieler, wo die Positionen geswitcht worden sind. Michael Carter hat auf Corner gestartet dann, oder nicht gestartet, aber gespielt irgendwann. Hat seinen Job da auch gut gemacht, beziehungsweise macht seinen Job da auch noch ganz gut. Hamza Nasruddin wurde auf Linebacker gestellt, was ich nie wirklich verstanden habe. Jason Pinnock wurde meiner Meinung nach nicht richtig eingesetzt. Elijah Vera Tucker ist die ganze Zeit verletzt und so halb Starter, halb Nicht-Starter, wo man dann immer mal wieder so gefühlt eine Phase hat, wo man sagt, oh, der spielt total gut und dann eine Phase später, wo man sagt, was zum Teufel ist hier los. Ich bin wieder ein bisschen ins Überlegen gekommen, ob ich die Draft-Class nach den Ressourcen bewerte. Also ob ich die jetzt quasi extra streng bewerte, weil sie zum Beispiel zwei First-Round-Picks hatten und ob ich die Texans, die nachher kommen, zum Beispiel dann ein bisschen gnädiger bewerte, weil die kein First, kein Second-Round-Pick hatten. Ich habe mich dazu entschieden, so einen Mischmasch zu machen. Also ich werde die jetzt schon ein bisschen strenger bewerten, weil sie halt zwei First-Round-Picks hatten, unter anderem halt den Second-Overall-Pick. Und ich sage mal, wenn du den verhaust, ist es natürlich nochmal deutlich schlimmer, als wenn du irgendein Mitte, Ende, erste Runde verhaust. Deswegen Jets hatte ich damals eine 1- gegeben, die sind runtergerutscht auf eine 5. Also die sind letztendlich genauso weit runtergerutscht wie die Patriots. Die Patriots von einer 1 auf eine 5+, die Jets von einer 1- auf eine 5. Das sind aber damit auch unsere beiden größten Runterrutscher, sage ich mal, heute schon weg. Bills, das nächste Team, was wir uns angucken, wir sehen Greg Russo ganz oben, Ende der ersten Runde. Dann Basham, Brown, Tommy Doyle, Marquez Stevenson, Damar Hamlin, Rashad, Wild Goose und so weiter. Und ich sage mal, wenn die drei auffälligsten Namen wegen einer Verletzung, wegen einem Unfall auf dem Spielfeld und danach einer Debatte wegen Comeback Player of the Year und wegen einem super Namen in Wild Goose sind, ist es schon mal kein gutes Zeichen für die Draft-Class. Also auch da glaube ich tatsächlich, da hätte man mehr mitmachen können. Russo ist nicht schlecht, deswegen First-Round-Pick, später First-Round-Pick gesetzt. Deswegen ist sie nicht so schlecht, die Class, aber dahinter passiert tatsächlich nicht mehr wirklich viel. So über Spencer Brown, Tommy Doyle könnte man sich streiten, aber insgesamt kein Fan von der Draft-Class. Deswegen rutschen auch die runter, die waren beinahe zwei Minus nach dem Draft, sind jetzt inzwischen bei mir beinahe vier Minus gelandet. Also die AFC ist drafttechnisch nicht so gut, aber wir haben ja noch ein Team offen. Und das sind die Dolphins, die wir noch offen haben. Wir sehen Jalen Waddle, Jalen Phillips und Javon Holland ganz oben, die drei J's der Draft-Class. Dahinter Liam Eikenberg, Hunter Long, Lander Coleman und Garrick Doakes. Also grundsätzlich ist es natürlich wichtiger, die früheren Picks zu setzen. Wenn eine Draft-Class die früheren Picks richtig trifft und gute Spieler holt und hinten raus so, dann ist es eine sehr gute Draft-Class meiner Meinung nach. Die richtigen Elite-Draft-Klasse sind die, die vorne ihre Picks getroffen haben und dann hinten vielleicht noch den ein oder anderen Stil rausgeholt haben aus den späten Runden. Wenn wir uns die Dolphins-Draft-Class angucken, sehen wir Jalen Waddle, ist absoluter Superstar, könnte in vielen Teams Nummer 1 Receiver sein in der NFL. Jalen Phillips hat ein bisschen gebraucht, ist aber angekommen. Hoffen wir, dass er von der Verletzung ordentlich zurückkommt, aber ich gehe davon aus. Javon Holland, einer der besten Safeties der NFL. Liam Eikenberg ist jetzt inzwischen mehr so ein Rotational oder ein Switch-Tackle, was auch immer. Aber auch das, ja, es ist immer noch ein Zweitrunden-Pick. Die hat vier Picks in den ersten zwei Runden, deswegen auch hier wieder ein bisschen härter bewerten. Aber was sie mit ihren ersten mindestens vier, vielleicht fünf Picks gemacht haben, aber sagen wir mal vier, gefällt mir schon sehr, auch jetzt noch drei Jahre später. Deswegen habe ich die bei der Eins-Minus gelassen. Die hatten vorher eine Eins-Minus und die haben jetzt auch noch eine Eins-Minus. Wir kommen in die nächste Division und da sind die Chiefs am Start. Ganz vorne Nick Bolton, Linebacker 1, jetzt gerade nachdem Willie Gay weg ist, ganz, ganz klar. Creed Humphrey, einer der besten Center der NFL. Josh Cain, nur hat nicht so wirklich funktioniert. Noah Gray ist jetzt so tight in Zweitreihe. Und Trey Smith, das ist dieser eine Stil, von dem ich geredet habe zum Beispiel, ist jetzt auch einer der besseren Interior-All-Liner spielt bei den Chiefs. Kein First-Round-Pick, deswegen hier vielleicht auch noch ein bisschen gütiger bewerten, sage ich mal. Die hatte ich schon bei einer 2 plus nach dem Draft und jetzt inzwischen ist es für mich eine Eins. Also das ist wirklich so der Prototyp von einer sehr, sehr guten Draft-Klasse. Nick Bolton, absoluter Home-Run-Pick. Creed Humphrey, absoluter Home-Run-Pick. Noah Gray in der fünften, nice, nehmen wir vom Value her. Trey Smith in der sechsten auf Pick 226, auch absoluter Value. Super Pick, dass ein Kane Doe in der vierten Runde dazwischen nicht so gut funktioniert hat, ein Connell Powell nicht so gut funktioniert hat. Letztendlich, who cares? Das ist eine sehr gute Draft-Klasse, die kriegen eine Eins. Chargers, war eine meiner Lieblings-Draft-Klasse. Ich glaube, die haben eine Eins plus gekriegt, muss ich gleich nochmal auf meiner Liste gucken, wenn ich euch die Note von damals und die Note von jetzt sage. Hamre-Chance-Later, Sante-Samuel, Josh Palmer ganz oben. Und ich glaube, die drei sind ein ganz guter Vergleich und eine ganz gute Begründung dafür, warum ich die Draft-Klasse selbst jetzt drei Jahre später noch mag. Rashawn Slater hat einen kleinen Dip gehabt letztes Jahr, aber an sich ist er trotzdem ein Superstar auf seiner Position, Superstar auf einer wichtigen Position, erste Runde. Zweite Runde, ein stabiler Starter auf seiner Position, Sante-Samuel, Superstar-Potenzial, aber teilweise hat er auch Fuck-Ups. Also, wie gesagt, ein solider Starter. Dritte Runde, ein okayer Starter. Und das sind so diese Level, wo du Runde 1, 2, 3 einsortieren kannst. Alles, was darüber hinausgeht, ist geil. Alles, was da quasi ein bisschen nicht so rankommt, ist dann vermutlich das, wo man sagt, okay, da hätten wir besser picken können. Trammer-Kiddy, schade, dass der nicht funktioniert hat. Hinten raus gibt es da noch ein paar interessantere Spieler, aber ich sage mal, Meat & Bounce von der Draft-Klasse sind natürlich die ersten drei Picks. Insgesamt bleibt es nicht bei der tatsächlich Eins plus, die ich damals gegeben hatte. Ich gebe denen jetzt nur zwei. Ich würde sagen, es ist eine gute Draft-Klasse, keine extrem gute Draft-Klasse, gerade auch, weil hinten raus nicht wirklich irgendwie noch der ein oder andere Stil gekommen ist und weil zweite- und drittrunden Picks jetzt auch nicht wirklich Superstar-Kaliber haben, aber ist trotzdem eine gute Draft-Klasse. Wir gucken uns die Raiders an. Die Raiders hatten ja die ein oder andere sehr berühmte, schlechte Draft-Klasse in den letzten paar Jahren. Die hier ist in Ordnung. Der erste Pick ging natürlich komplett nach hinten los. Alex Leatherwood, nie wirklich funktioniert. Versucht Positionen umzustellen und alles. Am Ende, glaube ich, sogar cutten müssen. Also das war nichts. Trevon Marek auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber am Ende immer noch ein Starter in der NFL. Also okay für zweite Runde. Malcolm Kuhn startet auch, hat sich leider nicht wirklich wegentwickelt von dem, was man vor dem Draft gesagt hat, was er jetzt ist und wenn er sich noch entwickelt. Hat leider nicht wirklich funktioniert, aber das, was er damals gut gemacht hat, macht er immer noch gut und wie gesagt, hat auch auf dem Papier, glaube ich, eine Starting-Rolle. Deswegen passt es. Die Weyen Diablo hatte ein, zwei Momente in der NFL. Was die Draft-Class natürlich dann am Ende nochmal rettet, ist der Fünftrunden-Pick von Nate Hobbs, weil der auf jeden Fall deutlich besser spielt als ein Fünftrunden-Pick. Das ist also wieder dieser kleine Stil, von dem ich geredet habe. Ansonsten aber, wenn man daran denkt, Leatherwood, kompletter Reinfall, Trevon Marek zweite Runde ist okay, Malcolm Kuhns dritte Runde ist okay, dann ist Nate Hobbs dieser einzige wirkliche Value-technisch-Lichtblick in der Draft-Class. Deswegen kriegen die von mir eine 4+, hatten damals nach dem Draft direkt eine 3+. Also war ich offensichtlich da auch schon kein großer Fan von Alex Leatherwood, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich weiß, dass ich Trevon Marek sehr mochte. Deswegen müssen die anderen beiden Top-3-Picks, also Leatherwood und Kuhns, müssen das Ganze ziemlich runtergezogen haben in meiner Wahrnehmung. Von 3-plus auf 4-plus ist kein krasser Abfall. Aber das kann man, glaube ich, auch damit rechtfertigen, dass ich jetzt einfach ein größeres Notenspektrum benutze. Also wenn ich damals schon genauso bewertet hätte wie jetzt, vielleicht hätten die dann direkt nach dem Draft auch eine 4-plus gekriegt, wer weiß. Broncos, dicke Draft-Klasse, die wir haben natürlich angeführt, mit einem Top-10-Pick in Pat Certain, dem zweiten. Er spielt auch nach wie vor super, super, ein bisschen Trade-Gerüchte jetzt zurzeit. Lions, 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 aber ich glaube eigentlich, dass sie ihn behalten, weil er halt von extremen Wert ist und auch nach wie vor sehr, sehr jung, logischerweise vor drei Jahren gedraftet. Javonte Williams hat ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, aber wenn er spielt, spielt er sehr, sehr gut. Quinn Meinertz in der dritten Runde mit einem fast dreistelligen Pick noch zu kriegen, ist auch super, Baron Browning spielt gut in der NFL. Caden Stearns hat sehr gute Jahre gehabt, selbst wenn man sich die siebte Runde anguckt und Jonathan Cooper, der hat auch auf jeden Fall seine Momente gehabt als siebten Runden-Pick. Also die Draft-Klasse gefällt mir wirklich echt, echt gut. Eine von den wenigen Draft-Klasse, die gestiegen sind jetzt nach drei Jahren im Vergleich zu der Bewertung, die ich ihnen direkt nach dem Draft gegeben hatte. Damals haben sie eine 2 gekriegt und jetzt inzwischen ist es von mir eine glatte 1. Und ich kann euch schon mal versprechen, wir haben nichts, was ein 1-Plus ist in dieser Draft-Klasse. Das heißt, mit noch zwei anderen Teams zusammen die beste Note in der AFC zumindest. Texans Draft-Klasse, klein aber fein, schwer zu bewerten dadurch natürlich auch. Ihr seht, wir haben keinen First-Round-Pick, wir haben keinen Second-Round-Pick. Was danach kam, ist aber ziemlich stark. Brevin Jordan ist ein Backup-Tighthand, aber er ist immer noch im Team, immerhin aus der fünften Runde. Nico Collins könnte man dafür argumentieren nach dem letzten Jahr, dass er jetzt sogar der Nummer 1-Receiver im Team ist. Das Ende dritter Runde mitzukriegen ist auch sehr, sehr stark. Und Davis Mills Anfang dritter Runde hatte seine Momente, wo er gespielt hat, berühmt gewesen für seinen Hals mehr als für, wow, das Pause, für die Länge seines Halses als dafür, wie er gespielt hat. Aber jetzt hast du damit immerhin noch einen fähigen Backup-Quarterback, keinen der schlechteren Backup-Quarterbacks der NFL, sage ich mal. Ohne First-Round-Pick, ohne Second-Round-Pick, wie gesagt, schwer zu bewerten. Ich habe denen damals eine 4-Minus gegeben. Ich glaube, da habe ich quasi nicht gesagt, okay, für die Picks, die sie hatten, sondern habe wirklich ganz, ganz klar gesagt, was man am Ende dafür rauskriegt, ist eine 4-Minus. Jetzt bewerte ich ein kleines bisschen mit, je nachdem, also man hatte nur so und so viele Picks, kriegen am Ende von mir eine 3. Für die Picks, die man hatte, ist es okay, bis gut. Jaguars nächste Draft-Klasse, natürlich angeführt vom First-Overall-Pick, Trevor Lawrence und dann Travis Etienne, die beiden Clamson-Boys dahinter, Tyson Campbell walk a little, Andre Sisco, den ich sehr mag, hoffe, dass Daniel Savage ihn jetzt nicht irgendwie auf die Bank verdrängt, sondern dass sie vielleicht beide zusammenspielen können. Luke Farrell hinten raus, J.Tufeli, also da sind ein paar interessante Picks dabei gewesen. Kommt natürlich ganz, ganz krass auf die Spitze an. Und ich glaube, es hat gut funktioniert. Trevor Lawrence ist jetzt nicht der, ja, 1000-Quarterback, wie er teilweise angepriesen wurde im Draft, aber das ist auch unfair zu erwarten. Und man muss dazu sagen, er hatte nie wirklich jetzt so extrem schlechte Bedingungen in der NFL, was seine Mitspieler, seine O-Line, sein Running Game, seine Receiver, bla 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 anging. Aber er hatte nie wirklich gute Bedingungen. Und dafür hat er sich schon auf jeden Fall sehr gemacht. Im ersten Jahr ein bisschen gestruggelt, danach gekommen. Also insgesamt, glaube ich, du hast mit der Draft-Klasse genau das gemacht, was du machen wolltest. Auch wenn man sich Tyson Campbell, Andrej Sisko anguckt, noch zweite, dritte Runde, hast du noch Starter gefunden. Travis Etienne natürlich sowieso. Ich habe denen eine 2-plus gegeben damals nach dem Draft. Und jetzt inzwischen ist es eine 1. Ich glaube, wie gesagt, die haben genau das gemacht, was sie machen wollten. Hatten viele Picks zur Verfügung. Deswegen habe ich überlegt, ob ich denen vielleicht eine 1-gebe. Lasst mich mal wissen, hättet ihr lieber eine 1-gegeben oder noch was Schlechteres? Aber letztendlich habe ich mich für eine 1 entschieden. Colts Draft-Klasse, auch interessant. Quitty Pay ganz vorne in der ersten Runde. Natürlich nicht ganz vorne im Sinne von vorne in der 1. Runde, sondern ganz vorne in der Draft-Klasse. Der Colts, der einzige 1. Runden-Pick, der spielt gut. Bisschen Verletzungsprobleme. Ist halt die NFL, fast alle haben Verletzungsprobleme. Aber wenn er spielt, spielt er sehr, sehr gut. Odenbo ist ein guter Backup, ein valider Backup auf der gleichen Position oder auf einer ähnlichen Position. Sagen wir mal, hier steht die End. Spielen nicht ganz das Gleiche, aber es ist eine ähnliche Position. Dahinter wird es dann tatsächlich ein kleines bisschen düster in der Draft-Klasse. Wenn man sagen muss, okay, sie hatten keinen 3. Runden-Pick. Deswegen geht es direkt weiter mit der 4. Runde, hinten zwei 7. Runden-Picks und so weiter. Trotzdem, mehr als absoluter Bang-Average-Durchschnitt kann ich da nicht sagen. Also, haben 3 gekriegt nach dem Draft. Und ich glaube, das bleibt bis jetzt auch beinahe 3 für mich. Titans Draft-Klasse. Wir haben Caleb Farley ganz vorne. Auch da leider Verletzungsprobleme, hat nie wirklich Fuß fassen können in der NFL. Und langsam, glaube ich, ist es jetzt auch vorbei. Dylan Reddance ist okay als Tackle, aber auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da drin. Richard Weaver hatte eine ganz gute Zeit, aber jetzt inzwischen auch nicht mehr wirklich da. Monty Rice hat nicht wirklich Fuß fassen können. Elijah Molden nicht wirklich. Das Fitzpatrick. Also, die Draft-Klasse ist insgesamt einfach wirklich, wirklich nicht gut. Ich habe versucht, ein kleines bisschen besser das Ganze zu bewerten. Also, nicht ganz so kritisch. Weil es bei Caleb Farley halt, wie gesagt, die Rückenprobleme waren am Ende. Oder die Verletzungsprobleme waren am Ende. Und ich deswegen den Pick nicht so krass kritisieren kann. Aber eine wirklich schlechte Draft-Klasse insgesamt trotzdem. Also, ich hatte ein 1-minus gegeben nach dem Draft direkt. Und jetzt inzwischen ist es eine 4-minus bei mir geworden. Also, ähnlich weit abgerutscht, sage ich mal, wie die Patriots und Jets. Vorhin nicht ganz so doll. Ravens. Wir sind in der AFC North angekommen. Wir haben Rashard Bateman ganz vorne. Dann Odafi Owey. Falls ihr euch nochmal Draft-Videos anguckt von damals, wundert euch nicht. Der ist am College noch bei Jason Owey gegangen. Ist dann in die NFL gekommen und hat gesagt, Oh, jetzt bin ich berühmt genug. Jetzt würde ich gerne meinen richtigen Namen haben. Hat er sich vorher irgendwie nicht getraut, seinen richtigen Namen haben zu wollen. Aber was auch so, seinen ersten Namen haben zu wollen. Was auch immer. Odafi Owey auf jeden Fall. Dann Ben Cleveland hinten ran. Brandon Stevens. Tim Wallace. Sean Wade. Blablabla. Schade, dass Ben Mason nicht funktioniert hat. Sehe ich gerade nochmal. Aber na, was auch immer. Die beiden First-Round-Picks sind hier natürlich ausschlaggebend. Odafi Owey spielt sehr guten Football. Gerade jetzt das letzte Jahr. Also, der hat sich auf jeden Fall auch nochmal gesteigert in seinen letzten Jahren. Wenn ich das Ganze vor zwei Jahren bewertet hätte. Nach nur einem Jahr in der NFL wäre es vermutlich schlechter ausgegangen. Rashard Bateman hat ein bisschen reingefunden. Langsam spielt natürlich immer noch nicht wie der First-Round-Pick. Kommt ein bisschen auch auf die Gelegenheiten drauf an und so weiter und so fort. Vielleicht wird es jetzt langsam, die nächsten Jahre ein kleines bisschen besser. Wenn mehr Aufmerksamkeit auf zum Beispiel Save Flowers kommt und so weiter. Und Derrick Henry könnte da halt auch eventuell ein bisschen aushelfen. Mit Odafi Owey und Ben Cleveland hast du auf jeden Fall zwei Quality Starter geholt. Und Brandon Stevens hat gestartet letztes Jahr teilweise oder die ganze Saison. Weiß ich gar nicht mehr genau, ob er zwischendurch raus war. Auf jeden Fall ist es eine starke Draft-Klasse. Ist nicht so gut, wie ich nach dem Draft gesagt hatte. Da hatte ich dir eine glatte Eins gegeben. Jetzt ist es eine Zwei-Plus. Aber auch das kann wieder ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich die Bewertungskriterien oder einfach die Skala ein kleines bisschen gestretcht habe. Steeler ist auch eine interessante Draft-Klasse. Najee Harris in der ersten Runde. Najee Harris und Etienne waren ja die einzigen beiden Running Backs in der ersten Runde damals, wo man auch die ganze Zeit diesen Zweikampf hatte in der Vorbereitung auf den Draft, wer von beiden besser ist und was auch immer. Dahinter ist nicht mehr so viel los. Pat Friermuth natürlich hat seine Momente immer mal wieder. Aber Kendrick Green nicht so wirklich funktioniert. Dan Moore Jr. ist noch da. Ist noch Starter theoretisch eingetragen. Aber wer weiß, Isaiah Laudermilk hatte zwischendurch eine sehr gute Phase. Aber jetzt inzwischen auch nicht mehr so wirklich von Buddy Johnson hört man nichts. Und ich sag mal so, selbst Najee Harris und Pat Friermuth performen nicht so krass. Das ist ganz schwer zu bewerten, weil ich bei beiden sagen würde, es ist situationsabhängig und es liegt nicht so wirklich an ihnen, sondern mehr an den Umständen. Trotzdem die Draft-Klasse nicht so extrem gut, gerade wenn man bewertet, dass sie relativ viele Picks hatten und so weiter. Ich hatte denen eine 2-gegeben direkt nach dem Draft und jetzt ist es ein bisschen runtergerutscht auf eine 3. Browns haben auch eine meiner besten Noten gekriegt nach dem Draft natürlich, was auch definitiv damit zusammenhing, dass sie in der 2. Runde, was für mich nach wie vor geisteskranker Value ist, einen meiner Lieblingsspieler an Jeremiah Osukuramoa gekriegt haben, beziehungsweise gedraftet haben. Ist ja nicht gekriegt, dass er ihnen zugeteilt wurde oder so. Greg Newsom Starter, Jeremiah Osukuramoa Starter und Superstar. Anthony Schwartz leider auch nicht wirklich funktioniert bei den Browns. James Hudson, Tommy Togiai. Also da hinten raus ist nicht mehr wirklich viel passiert, aber die ersten beiden Picks sind es natürlich trotzdem wert, immer noch eine gute Draft-Klasse zu sein. Ich hatte denen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte, aber ich hatte denen eine 1-plus gegeben direkt nach dem Draft. Jetzt inzwischen ein kleines bisschen runtergerutscht, immer noch eine gute Draft-Klasse, eine glatte 2. Letzte Draft-Klasse für heute, das sind die Bengals, natürlich angeführt von Jamar Chase, Superpick. Falls ihr euch noch daran erinnert, da war die Diskussion mit Jamar Chase und Penny Sewell und dadada mit dieser witzigen Grafik von wegen, ja, entweder Burrow wirft zu Jamar Chase, aber er kann den Ball nicht loswerden, weil er umgehauen wird, oder er wirft zu irgendwem und kann den Ball loswerden, weil Penny Sewell für ihn blockt und so. Ich glaube, am Ende sind beide Teams damit zufrieden, was sie gemacht haben, Lions und Bengals. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit, was die Bengals gemacht haben. Jackson Carmen auf Offensive Tackle, Joseph Osai auf Defensive End, Cameron Sample. Also es sind viele Picks dabei, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich die einschätzen soll. Insgesamt ist trotzdem der einzige wirklich zweifelsohne sehr gute Pick ist der 1. Pick. Und das ist auch der theoretisch einfachste Pick, wo du auf jeden Fall einen Superstar kriegen solltest, weil es der 5. Pick im Draft ist. So, also du solltest theoretisch den 5 besten Spieler kriegen, der aus dem College hochkommt. Deswegen relativ einfach zu treffen. Und wie gesagt, abgesehen davon ist nicht viel los. Jamar Chase alleine hat die Note für mich am Ende dann tatsächlich noch ein bisschen hochgetrieben. War bei einer 2- nach dem Draft. Jetzt ist es für mich nur noch eine 4+. Aber ich sag mal so, wenn das kein Jamar Chase wäre, sondern ein Rashard Bateman oder sowas. Im 5er-Bereich auf jeden Fall. Aber so hat es für eine 4-Plus noch gereicht. Gut, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Kommentiert sehr, sehr gerne in den Kommentaren überraschenderweise. Ich freue mich schon, das NFC-Video machen zu können. Wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Und wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt, zum Beispiel das NFC-Video, dann abonniert einfach. Würde ich mich auch super drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.